JA! Der Wunderbauer! Meine Fresse, Alter! Herzlich Willkommen auf Epcot for the Win zu Mario Kart. Das Spiel, wo die Grenzen außer Kontrolle raten hier. Wo Freunde Feinde werden und wie Game of Thrones Köpfe fliegen. Okay, es geht direkt los hier. Na wen anders? Baby Mario? Ja, ich weiß nicht, wie ich mich mal nehme. Ich nehme Bowser Junior. So, ich darf aussuchen. Ich will auch mal wieder aussuchen. Wie kennst du ihn? Erste kenn ich, aber die letzte kenn ich. Leute, ich habe mir die Schmerzen. Joschis Pisse. Weißt du noch Vitali? Mit dicke Hefe. Früher, in der Universität. Ja, du hast uns Gnoschis gemacht. Immer wenn wir etwas Hunger zwischendurch hatten. Hast du uns Gnoschis? Hast du uns Blenis? Blenis? Ja. Mit dicke Hefe und viel saure Sahne. Wie kann das denn sein? Wir sind gerade angefangen und der eine ist so weit weg. Das ist unfassbar. Schon erster. Wer? Ich? Nein, das ist unfassbar. Dicke Blenis. Dicke Blenis. Oh nein, was mache ich? Oh mein Gott. Mit viel saure Sahne. Weißt du noch mal. In der Universität. Früher, in der Universität. Immer wenn wir etwas Hunger zwischendurch haben. Du hast uns mit. Mit viel saure Sahne. Mit viel saure Sahne. Die waren grauenhaft. Guck mal schon wieder. Ich setze meinen Pilz an und den kriege ich nicht. Ich glaube ich frisse eine Kacke. Wo kam denn her? Achso, der hat sich eine Abkürzung gemacht. Hey, warte mal. Haben die alle Senf gefresst oder warum sind die alle so schnell? Guck mal, was kann ich sein? Ich kann alles einsetzen und ich bin Dexter. Du bist Dexter. Ich werde gleich ohmächtig versauern. Boah, sauer. Oh, ey ihr Wichser. Ey, wer fickt mich hier? Ich war da. Ey, Leute, da kann der... Guck, jeder Seite! Da kann der Beste der Welt nichts machen. Ich glaube, ich fress. Der Beste der Welt ist nicht Zinker. Jaja, da kann der Beste der Welt sein. Guck, ich hab ne Rakete. Ich krieg die nicht. Mit der Rakete krieg ich die nicht. Ich glaube, ich spinne. Wo seid ihr denn, Alter? Ey, ist da? Mann, die bummsen nicht hier alle. Guck mal, wenn du einmal letzter bist, dann kommst du nie wieder zurück. Sei denn als letzter. Juhu! Ach, der hat nen blauen Panzer geschmissen. Das hab ich grad gesehen. Ich seh das schon, Beudi. Oh mein Gott, war das knapp. Ich werd aber zweiter. Ich spür's dir. Erster. Trotz blauem Panzer, Freunde. Das hab ich dir mal angemerkt vor mir. Weißt du noch, Vitali? Damals, als wir in Mario Kart sind... Ich spiele ja nur mit solchen Losern zu sagen. Nein, ey, das gibt's nicht. Ich... Jaaaa! Das ist unfassbar! Ey, guckt im Replay, ich konnte nichts machen. Das war unfassbar. Das gibt's nicht. Ich wurde fünfmal gefickt hintereinander. Ist das schlecht. Und der Erste kriegt nichts ab. Das kann ja nicht sein. Der ist immer so. Ja, wow. Ich hab sieben Finger hintereinander. Ich hab so viele rote Panzer bekommen. Ich auch. Ich hab so viele rote Panzer bekommen, mein Arsch ist blau. Da kamen drei Willis hintereinander in dein Arsch. Die ganze Zeit. Aber da kam der blaue Panzer, ja? Ja, ohne Pause. Und so viele Pilze, die ich gefressen hab und trotzdem nicht nach vorne kam. Ach, das ist die Strecke, die ist geil. Wo auch immer es hier lang geht, Leute. Oh mein Gott. 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 Fick mich schon, der rote Panzer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, wer ist das denn? Danke. Hab ich dich getroffen? Nee. Du bist aus. Du bist nicht mal, Jay. Was war das denn? Das Jünger ist vor meinem Gesicht gehüpft. Oh, danke. Ich bin Windschäler. Oh mein Gott. Das hat ja gar nichts gemacht. Oh, als erster einen Pilz bekommen. Nice. Guck dir das an, Leute. Der kriegt einen Pilz. Ich krieg einen Els Elfer, eine Balane. Ja. Das mein ich. Ja. Meiiine. Ja. Der Wunderbar. Meine Fresse, Alter. So ein Glück, dieser Wichser. Guck mal, der wehrt den jetzt wieder. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Der war ja auf mich gerichtet, ne? Ja. Ich hab mich selber getötet wie ein Hurensohn. Das gibt's nicht. Und auf mich kommt einer. Guck mal. Das kann nicht so aussehen. Ich krieg Aggression, Alter. Ist hier nix. Dieses Spiel ist ne Verarsche. Ey, das Jünger hat zu viel Glück. Das ist so. Das hat nicht Glück. Das ist so. Oh mein Gott. Ohhhh. Mann, du machst dreimal um nichts. Du weißt, dass du eh erster wärst. Das ist auf jeden Fall. Das kann nicht sein, Leute. Das war kein Können. Auf keinen Fall. Hast du das gesehen? Ich hab einen blauen, einen roten Panzer gewonnen. Ich hab drei Pilze reingesetzt. Der Hurensohn war immer noch nicht gesehen. Wieso ist das kein Können? Mann. Wieso werd ich getroffen, wenn das auf dich geht? Wie? Weil ich in deiner Nähe fahre. Wie kann das? Ja und? Das wird ja wohl auf dich gezielt. Wie kann der einen Pilz buchen? Ja, hab ich noch nie. Ich bin seit 10 Jahren an. Ich glaub, ich war zweiter. Und ich krieg als zweiter 50 Euro nach. Ich hab den als zweiter eingesammelt und bin dann erster geworden. Ich krieg ne Münze über den Müll wie Banane. Bananen. Ich krieg Bananen als 12? Ich krieg Bananen. Oh mein Gott, die hab ich noch nie gesehen, die Strecke. Oh mein Gott, wirklich. Ich hab nicht. Bananen. Oh, Beudi, bist du das? Was war das denn? Ah, was ist das für ne Strecke, Alter? Die ist ja komplett gestört. Oh Gott. Also das seh ich wirklich grad zum ersten Mal. Wuhuhuhu. Hast du das, Beudi? Oh, das war. Auch wenn man hier den Pilz einsetzt, ne? Okay, hier muss ich echt gestehen, ich kenn diese Strecke nicht. Ich weiß hier auch nicht. Absolut. Die sieht auch echt komisch aus. Der be**** die kleine Prinzessens**** Baby, Alter. Prinzessens****, Alter. Ich glaub ich spinne. The Peach. Lässt sich fangen von Browser, aber tut dir einfach gut. Browser. Welcher? Chrome? Chrome Browser. Oder Firepush. Mein den Browser, sein Browser. Den Fettsack. Der hat ihn hier im roten Panzer. Ach du. Mann, hau mal ab, Alter. Der muss ich erstmal wegmachen, bevor ich erster werde. Den sparst du dir aber schön auf. Ja, der wird mir gleich... Ja, natürlich. Schade. Wann ich für den behalten? Hey, was war das denn? Als ob mich das trifft. Was war das denn? Oh, mach ich nicht. Du wickst! Ey, schaut euch das an! Ich hab nämlich extra gebrannt. Und ich auch. Ich werd einfach nur gefickt. Ich kann nichts dagegen machen. Ey, hier ist so ne Musik wie in dem Puffo. Wir waren, Leute. Weil die war asiatisch. Ach so. Ey, wieso hattest du überhaupt als erster im roten Panzer? Ey, ich hab den aufgespart. Oh mein Gott! Okay, jetzt ist komplett tot. Oh mein Gott! Ich seh gar nichts! RIP, Alter! Ich seh nichts! Oh mein Gott! Ah! Aber Cengiz hat echt mit Abstand immer das meiste Glück. Guck mal! Immer das meiste Glück hat immer Cengiz. Was für ein Glück? Jetzt denkt er so, der wär der Beste der ganzen Welt. Naja, viermal hintereinander. Naja, 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 naja. Dreimal hintereinander. Hä, wieder? Wir sind wieder bei der gleiche Punktzahl. Echt? Das ist Illuminati. Ist ja unglaublich. Okay, wenn ich jetzt aber... Nee, er müsste letzter werden und wir müssen erster werden. Siebter oder so werden. New City, okay, kenn ich auch. Eigentlich eh nicht. Die ficken uns den Arsch, die alle. Wenn du Zweiter bist und ich seh, dann versuch den zu killen. Versuch den zu killen. Oh mein Gott! Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Ich fight gegen die beiden jetzt. Bringt das was auf der Energie zu fahren? Ja, ja, natürlich. Das ist fast schon eine komische Strecke. Oh mein Gott! Hier darf man nicht driften. Oh, das ist... Oh! Wow! Das ist so eine komische Strecke. So, wir haben die schon mal als Dritter jetzt. Epsilon GX, Freunde, für N64. Kennt ihr das noch? Ja, ja, klar. Das war eine Legende wirklich. Das kriegt das eigentlich nicht auf. Das kriegt mich nicht auf. Weil mein Pech ist einfach so... Oh mein Gott! Du hast mich runtergeschubst. Ich? Nee, Janne hat mich runtergeschubst. Oh mein Gott. Ich werde von allem getroffen. Guck mal, ich werde auch von allem getroffen. Bei mir ist Ausverkauf hinter meinem Arsch. Da wird alles reingeschmissen, was geht. Grabbeltisch. Alles, Grabbeltisch, Alter. Das hört sich so eklig an. Noch ein paar Panzer rein vielleicht, zufälligerweise. Oh mein Gott, so steck einen in das Arsch. Oh mein Gott, so steck einen in das Arsch. Ich sehe nichts. Ja, ja, ich versuch, ich versuch das durch. Hey, wenn du einen roten Panzer hast. Habe ich. Nicht schießen, nicht schießen. Ich warte bis er kommt. Bis er kommt. Du bist er. Der, dessen Namen man dich holt. Ja, ja. Lord Voldemort. Hab geschickt. Erwischt. Weg mit dir. Mich trifft der blaue Panzer. Jetzt kommt hier einer. Versuch das zweite zu werden, wenn ich dich überhole. Ich hab dich gerettet. Also versuch mir auch nicht an, mein Bein zu fissen. Ja, ja, ich mach mich. Ja, ja. 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 Ich hab ihn. Geil. Oh, shit. Ja. Das war stark. Ich hab alles gegern. Wieso überholt ihn keiner? Nein. Wir haben das beste Raum, du was ging. Ich hab für dich gearbeitet. Vierter, aber wir haben viel rausgeholt, viel rausgeholt. Jetzt werde ich nicht gespannt. Scheiße, scheiße, ich habe ihn gut eingeholt. Niemand kann die unaufhaltbare Macht töten haben. Vierter Platz, wir hatten dich im Griff, wir hatten dich im Griff. Das zerstört unser Leben. Fass mich nicht, haben Brausgespiele. Ja Freunde, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann, tschau!